Meisterschaft haben sie von uns, glaube ich, noch von niemand gehört. Wir haben immer gesagt, unser Ziel ist es so abzuschneiden wie im letzten Jahr. Wenn mehr dabei rauskommt, ist es gut, aber es wird schwer genug. Alle Mannschaften haben aufgerüstet. Es gibt fünf, sechs Mannschaften, die im oberen Bereich mitspielen wollen und die Ziele erreichen wollen und da sind wir auch dabei. Aber von Meisterschaft, man darf nicht vergessen, wir haben 26 Punkte letztes Jahr Rückstand gehabt auf Bayern München und die holt man nicht einfach mal kurz und vorbeigehen auf. Da muss Bayern schon enorm straucheln und wir müssen eine perfekte Saison abliefern und deshalb haben sie jetzt von uns eine Meisterschaft noch nicht gehört.